Hallo, ich bin Philipp Wampfler, ich unterrichte an einem Schweizer Gymnasium Deutsch und bin seit einigen Jahren interessiert an Fragen von Schulentwicklung, von Digitalität, von Möglichkeiten Lernen mit neuen digitalen Medien zu gestalten und ich publiziere und diskutiere da eine ganze Breite von Themen in diesem Bereich. Heute geht es um die spezifische Verschränkung von Digitalität und Schulentwicklung, da gibt es so einen Schlüsselgedanken, den ich jetzt etwas ausführen möchte und wo ich auch zeigen möchte, dass dieser Schlüsselgedanke, dass der eine soziale Dimension an Schulen hat, dass das eine große Rolle spielt. Der Schlüsselgedanke, der ist aufgekommen wie an zwei Orten, einerseits bei Beat Döberli-Honecker ist ein Informatikdidaktiker aus der Schweiz und bei Jörn Jus Musmeerholz ist ein Organisator von Veranstaltungen in Bezug auf digitale Medien und Lernen und sie haben sich beide die Frage gestellt, wenn jetzt ein Medienwandel stattfindet, also oben steht jetzt hier Technologiewandel, man könnte auch sagen es ist ein Leitmedienwandel, früher stand alles was wichtig war in Büchern, die man jetzt hier hinten noch sieht und heute steht alles was wichtig war ist zunächst mal im Netz und natürlich gibt es noch Bücher, aber diese Bücher sind meist ausgedruckte digitale Dateien und es ist nicht das Primäre was in Büchern steht, sondern das Primäre steht im Netz, wenn man diesen Leitmedienwechsel so akzeptiert. Und gleichzeitig gibt es einen Lernkulturwandel, wie das jetzt hier heisst oder es gibt zumindest die Forderung, dass sich Schule und Lernen wandeln sollten und ich finde das jetzt hier ganz gut, wie es auf dieser Darstellung gemacht ist, dass es heisst ja eigentlich ist das Lernen, was wir zurücklassen ist behavioristisch, also ich jetzt als Lehrperson, ich gebe eine bestimmte Aufgabe und ich erwarte, dass die Schülerinnen mit bestimmten Verhalten diese Aufgabe lösen auf ganz festgelegten Wegen und Konstruktivismus würde heissen, wir anerkennen, dass Schülerinnen denkende Menschen sind, die kreativ und kommunikativ eigenständige Ideen entwickeln und das Unterricht so gestaltet sein sollte, dass diesen Ideen auch das nötige Gewicht zukommt, dass die eine Bedeutung bekommen. Also wie kann man von sehr stark gesteuertem, stoffvermittelndem Lernen eher zu kreativem, selbstorientiertem Lernen der Schülerinnen kommen? Das ist diese zweite Frage des Lernkulturwandels. Und jetzt kann man sagen, ja jetzt haben wir neue Medien und neue Schule und die Frage ist jetzt, wenn wir mehr diese Medien verwenden, kommt dann automatisch diese neue Schule oder wenn wir die Schule neu machen, braucht man dann automatisch neue Medien und das ist keine so einfache Frage. Beat Döbbeli hat in dieser Darstellung, also in seinem Aufsatz, den man unten verlinkt findet, also da unten, wenn das ein YouTube-Video ist, ja was es dann sein wird, dann findet man dort den Link und er hat ganz viele Thesen dann auch unterschieden. Die These, die ich jetzt am Anfang erwähnt habe, wäre die Katalysatorthese, dass man sagt, ja neue Medien gleich neue Schule, neue Schule gleich neue Medien. Also das sind Prozesse, die sich gegenseitig bestärken. Der Wandel in einem Bereich wird auch zu einem Wandel in einem anderen Bereich führen. Jetzt ist es so, dass viele Schulen mindestens mal eine erste Ausstattung bekommen haben, dass sie beispielsweise WLAN installiert haben, dass Schülerinnen mit Tablets ausgestattet werden und dass digitalen Lernmöglichkeiten mehr Bedeutung eingeräumt wird und die Erfahrung ist dann, das kann auch zu gegenläufigen Bewegungen führen. Also es kann dazu führen, dass man mehr digitale Technologie einsetzt und dadurch wird der Unterricht gesteuerte. Es werden zum Beispiel viele Multiple-Choice-Fragen gestellt, die sehr eng sind und wo die Handlungsmöglichkeiten der Schülerinnen und Schüler sehr beschränkt sind. Man macht Erfahrungen, dass man Schülerinnen zu überwachen beginnt, dass man ihnen auch Möglichkeiten, die die Geräte haben, dass man die wegnimmt und versucht einzuschränken, was überhaupt möglich ist auf diesen Geräten, weil man gerade Angst hat, dass das Selbstgesteuerte dann irgendwie außer Kontrolle geraten könnte. Also wäre das dann die These, man verwendet zwar neue Medien, aber dadurch werden eigentlich überholte Prozesse und Vorstellungen von Lernumgebungen bestärkt. Das wäre so eine Angst, die es in diesem Zusammenhang gibt. Und meine Haltung wäre die, dass eigentlich der Technologiewandel etwas sekundär sein sollte. Ich sage dem, das ist eine postdigitale Haltung. Das bedeutet, die ganze Energie einer Schule muss in diesen Lernkulturwandel gesteckt werden. Also man sollte nicht lange darüber diskutieren, welche Geräte man einsetzt oder wie die Schule technisch ausgestattet wird. Das sollte man vielleicht wenigen Menschen überlassen, sich damit auskennen. Und die ganz breite und intensive Debatte sollte sein, wie findet eigentlich bei uns gutes Lernen statt. Und das wird automatisch dann so sein, dass man auf technologische Prozesse zurückgreift. Also dass man sagt, ja das ist, wenn wir jetzt uns nehmen und wir uns überlegen, wie können wir gut zusammenarbeiten, dann haben die Verantwortlichen jetzt gesagt, ja Philipp Wampler, wenn der einen Input machen könnte, es ist selbstverständlich, ich kann das jetzt zeitlich nicht hinkriegen, um jetzt direkt live da zu sein, aber ich kann ein Video aufnehmen, in meinen Computer sprechen und das dann da vorführen. Und die Idee, eine gute Lernkultur zu haben, führt dazu, dass ich Technologie einsetze, um einen Beitrag für diese Veranstaltung leisten zu können. Das wäre meine Haltung. Also der Fokus auf Lernkultur und dann kommt das mit der Technologie. Das ist dann wie zweitrangig. Aber selbstverständlich sind das, würde ich sagen, dialektische Bewegungen. Also wenn man technische Möglichkeiten hat, dann ergeben sich dann auch vielleicht neue didaktische Möglichkeiten. Wenn man den didaktischen das Potenzial von Lernumgebungen auslotet, dann kommt man auch auf Ideen, wie man Technologie einsetzen kann. Also man darf nicht denken, ja es braucht jetzt wie nur den einen Pfeil oder nur den anderen, sondern es braucht ein Bewusstsein, dass die miteinander verbunden sind. Und dieses Bewusstsein, das betrifft jetzt auch sozial eine Schule, weil es nämlich nicht bei allen Lehrpersonen so ist, dass sie die Bereitschaft haben, überhaupt einen Wandel mitzugestalten. Und hier hilft aus meiner Sicht diese Bleistiftmetapher, dass man sagt, ja es gibt immer eine Spitze von Menschen, die Dinge ausprobieren, die sich eigentlich in jedes neue Phänomen einarbeiten und die auch gewisse Begeisterung dafür verspüren, das zu machen, die gerne sehr, sehr innovativ sind. Dazu würde ich jetzt mich selber auch zählen, dass ich gerne Dinge ausprobiere und neu mache. Dann gibt es Scharfsinnige, das sind Menschen, die merken, was da läuft und die sich Dinge abgucken und die sehr auch offen dafür sind, etwas neu zu machen. Aber es sind jetzt nicht die Ersten, die es ausprobieren, aber sie gehen gerne mit. Dann gibt es den Schaft, das Holz und die Pointe hier ist, das heißt auf Englisch, the would und das ist ein Wortspiel mit they would. Das heißt, die große Breite eines Kollegiums würde sich dieser Spitze und den Scharfsinnigen anschliessen, wenn sie erstens die nötigen Anreize dafür bekommen und wenn sie auch die nötige Unterstützung haben, wenn sie wissen, wie diese Umsetzung funktioniert. Und das ist eigentlich die große Challenge, dass man jetzt diese Breite von Leuten, die vielleicht ein bisschen an dem haften, was sie jetzt schon kennen und was sie schon immer so gemacht haben, wie man die dazu bringt, so einen doppelten Wandel, also einen Wandel der Lernkultur und einen Wandel der Technologie mitzugehen und auch offen dafür zu sein, den Aufwand, der ja wirklich auch damit verbunden ist, auf sich zu nehmen, um diesen Wandel zu gestalten. Und dafür braucht es, denke ich, auf beiden Seiten Beispiele und Erklärungen, warum es sich lohnt, hier in diesen Change-Prozess einzusteigen. Und etwas anstrengend ist, dass es dann noch die hinteren Teile gibt, also was jetzt überdeckt ist von meinem Bild, das ist auch ganz gut, das sind die Radierer und die Muffen, das sind Menschen, die sich irgendwie anklammern oder die versuchen, Dinge rückgängig zu machen, die eigentlich erreicht worden sind. Und da kann man sagen, das sind jetzt auch immer nur kleine Teile. Und da dann wirklich zu viel Aufwand zu betreiben, um die Leute mit ins Boot zu holen, ich denke, das ist verschwendete Zeit. Also der Fokus sollte sein, dass jetzt die Spitze nicht die Leute verschreckt, die eigentlich bereit wären und ihnen Dinge vorzeigt, die dann eher Angst machen und verunsichern. Das ist die eine Challenge und die zweite ist, den Leuten die Unterstützung zu geben, die sie brauchen, um diesen Wandel mitzugeben. Meine Erfahrung ist die, dass ein Instrument enorm gut funktioniert. Und das sind kleine Fortbildungen an Schulen selber, wo Kolleginnen und Kollegen vor Ort sagen, hey, ich habe jetzt was ausprobiert, ich habe ein Tool, das setze ich im Fremdsprachenunterricht ein. Wenn ihr mal schauen wollt, wie ich das mache, ich zeige euch das eine halbe Stunde am Mittag oder nach der Schule. Und das ist freiwillig, das ist eine Kultur, dass man das ja vielleicht alle zwei Wochen, einmal im Monat, dass man das macht, dass man sagt, wir möchten gern, dass das Wissen weitergegeben wird, dass auch Leute, die zu dieser Spitze gehören oder zu den Scharfsinnigen an einer Schule, dass die vielleicht eine Bühne bekommen, um ihr Know-how weiterzugeben. Und dass dann die Leute, die wirklich noch Unterstützung brauchen, merken, dass jetzt nicht irgendjemand, der von außen kommt und uns irgendein Feuerwerk vorführt und dann geht die Person wieder und das Feuerwerk ist abgebrannt, sondern das sind Leute an der Schule, die unter denselben Bedingungen wie ich arbeite, die genau wissen, was wir hier machen und die mir sagen können, so kannst du es machen und du kannst dich darauf verlassen, es funktioniert. Dann hat das einen nachhaltigen Effekt und dann kann das wirklich auch eine Schule verändern und die Bereitschaft, diesen Technologiewandel mitzugehen oder diesen Lernkulturwandel zu diskutieren, die Bereitschaft wird stark erhöht. Jetzt ist es so, dass wir im Moment, also man kann das auch zeitlich erfassen, wie das verläuft und das ist eigentlich nochmal dasselbe, diese Bleistiftmetapher, also wir haben vorne die Innovators, das wäre die Spitze, dann haben wir die Early Adopters, das wären die Scharfsinnigen, die da gern mitgehen und dann kommt die Early Majority und Late Majority, das ist die Mehrheit, die eingehen dann früher einen Schritt weiter und die anderen später. Und dann gibt es den Rotenteil, das sind die, die dann mit Verspätung auch noch irgendwie ankommen werden. Also es sind die Leute, die dann irgendwie 2012 noch gesagt haben, ich habe kein Handy, ich werde nie ein Handy haben und irgendwann haben sie dann doch ein Handy, einfach mit 15 Jahren Verspätung. Die Leute gibt es immer in Bezug auf Technologie und Kultur, die das nicht wollen oder da zu spät kommen, denen würde ich jetzt auch nicht so viel Beachtung schenken. Was jetzt hier steht, ist, dass es zwei grössere Sprünge gibt. Den ersten haben wir sicher schon überwunden, also wir sind sicher da, wo die Early Adopters in allen Schulen bereit sind, digitale Technologie einzusetzen und sich auf das einzulassen, was Digitalität eigentlich bedeutet. Und jetzt kommt der nächste Sprung, der ein bisschen erschreckender ist, dass man sagt, ja, wenn das jetzt wirklich in die Breite gehen sollte, dann muss man jetzt einen Teil der Mehrheit erreichen können. Und da merkt man auch, da gibt es viele Widerstandsbewegungen, da gibt es dann auch noch grösseren Finanzierungsbedarf. Also die Anforderungen, das zu organisieren und zu begleiten, die steigen in allen Bereichen. Nur kann man sich auch darauf verlassen, dass es doch schon recht viele Early Adopters gibt und dass auch die Bereitschaft, das irgendwie durchzuführen, dass die vorhanden ist. Und da würde ich jetzt auch den Mut haben, aber einfach mit dieser Darstellung auch zeigen, es braucht etwas Geduld, bis man da hinkommt. Ja, jetzt habe ich in der Vorbereitung einen Fehler gemacht. Jetzt werde ich das gleich noch korrigieren, damit man sieht, das muss gar nicht alles so perfekt sein. Eigentlich habe ich gedacht, mein Video wäre da unten, jetzt ist es auch da unten. Also ein Beispiel, was ich jetzt noch anführen würde, wie die Dinge miteinander zusammenhängen, ist die Position der Lehrperson. Es ist ein schöner Satz, also er gefällt mir sehr, weil er wie zwei Dinge untermalt bei diesem Lernkulturwandel. Wenn Schülerinnen an Geräten arbeiten, das ist die technologische Seite, wenn sie Laptops haben oder Tablets, dann ist die Position, die ideale Position der Lehrperson ist hinter den Schülerinnen, weil sie dann sieht, was die Schülerin oder der Schüler am Gerät machen und sie dabei unterstützen kann. Und gleichzeitig ist das Hinterjemandemstehen natürlich nochmals etwas, was auch so eine gewisse Coaching-Funktion impliziert und nicht vor ihnen stehen, was auch ein bisschen Abstand nimmt von so einem Vortragen, Wissensvermitteln, sondern was auch zeigt, es gibt ganz grundsätzlich eine andere Rolle. Und man kann es auch nachverfolgen, also wenn Sie sich überlegen, dass Schülerinnen und Schüler alle am Laptop arbeiten, in einer Klasse oder am Tablet, dann steht man vor so einer Klasse und dann sind 30 Menschen, gucken auf einen Bildschirm. Und das ist jetzt an Unis, ist das ja absolut üblich und das verunsichert Menschen, das ist auch keine angenehme Situation, so zu unterrichten. Und dann zu sagen, ja, dann kehren wir so und versuchen wir uns hinter die Schülerinnen zu stellen und ihnen Aufgaben zu geben, wo wir nicht an sie heranreden, während sie eigentlich auf einen Bildschirm gucken, sondern versuchen das hinter ihnen zu machen. Und das, wenn man das jetzt ernst nimmt, jetzt, ja, braucht ein bisschen Agilität, jetzt bin ich da plötzlich hier, so, das braucht einerseits eine neue Sitzordnung, also Leute, die Erfahrung haben, sagen, ideal sind eigentlich sowas wie Gruppentische, wo die Schülerinnen sich zusammensetzen und eigentlich auch so im Modus dieser Zusammenarbeit sind, wenn sie mit digitalen Geräten arbeiten und ich kann dann als Lehrperson um sie herumgehen. Das führt natürlich dazu, dass die Ausstattung der Zimmer so sein muss, dass es an diesen Inseln Strom gibt, dass es WLAN gibt und so weiter und führt dann vielleicht auch dazu, dass man sagt, ja, da müssen die Zimmer ein bisschen grösser sein, also es verändert sofort auch die Schulhausarchitektur. In diesem Beispiel sieht man, dass wir diese doppelten Change-Prozesse, die sind nicht nur komplex und sozial schwierig, sondern die führen uns immer auch in Situationen, wo wir sagen müssen, die Bedingungen sind jetzt eigentlich nicht ideal, aber wir machen das trotzdem. Also die Schulhausarchitektur ist nichts, was wir jetzt auf dem Reißbett entwerfen können, sondern wir arbeiten in Gebäuden, die schon gebaut sind und mit denen wir uns abwinden müssen. Und die Ausstattung der Zimmer ist auch etwas, was wir mittelfristig nicht beeinflussen können, also da gibt es nicht ideale Bedingungen. Die Sitzordnung ist vielleicht etwas, wo wir Einfluss drauf haben. Und das zu sehen, dass der Wandel auch von Dingen gehemmt wird, die wir gar nicht beeinflussen können, das kann auch etwas entlasten. Also dass wir sagen können, ich bin jetzt nicht die Person, die alles jetzt hier ändern kann, sondern die einfach im Rahmen des Möglichen gewisse Veränderungen anstoßen kann, die auch einfach länger brauchen. Das sind Dinge, die wir privat, können wir schon sagen, ich mache das jetzt alles nur noch digital oder ich habe jetzt umgestellt und habe jetzt papierloses Büro und so weiter. Das geht privat ganz einfach. Aber in der Schule sind da einfach Voraussetzungen, die wir alle nicht ändern können und wo wir auch nicht denken sollten, dass wir das können, weil das sonst zu einem Burnout und zu viel Frustration führt, weil das einfach nicht in unserer Kontrolle ist. Ich komme zum letzten Punkt und das ist Running the School und Changing the School. Wenn man über Wandel nachdenkt, egal ob das jetzt Lernen oder Technologie oder sonst was ist an einer Schule, dann gibt es einen fundamentalen Konflikt, der wiederum im Rollenverständnis der Person ist. Es gibt die einen, die sagen, also ich nehme noch ein Beispiel, ich bin ein passionierter Gegner von Noten und von Leistungsbeurteilung. Jetzt gibt es Menschen, die sagen, ja, das sehe ich ein, irgendwie ist das nicht ideal, das ist eine Belastung für Lernprozesse, aber ich muss jetzt doch meine Schülerinnen aufs Abitur vorbereiten, weil wenn die da schlechte Noten haben, dann haben die ein Problem, was ich ihnen nicht wünsche. Und das sind Leute, die machen Running the School. Die sagen, einiges mag nicht optimal sein, aber das muss jetzt einfach funktionieren. Das ist der Begriff Running the School und Changing the School, das kommt aus der Informatik von Banken, wo man sagt, da gibt es Leute, die müssen einfach schauen, dass die Banken funktionieren und wenn Leute zum Geldautomaten gehen, dass da Geld rauskommt. Das ist nicht etwas, was wir irgendwie aufs Spiel setzen dürfen und andere Teams sind beauftragt zu sagen, ja, was ist jetzt die Zukunft von Geldautomaten? Was machen wir jetzt, wenn Leute nur noch bargeldlos bezahlen? Wie organisieren wir das? Und das darf nicht in einen Konflikt geraten. Das gilt genau gleich für die Schule. Also man muss akzeptieren, wir haben heute eine Schule, die diesen Wandel in allen Bereichen noch nicht durchgemacht hat und die Schule muss trotzdem funktionieren. Also die Schülerinnen müssen da hinkommen, müssen den Eindruck haben, da läuft was, was für mich gemacht ist, was unter den Bedingungen, wie sie heute sind, funktioniert. Und gleichzeitig muss man sich Gedanken machen, ja, wie können wir diese Bedingungen und diese Lernformen und den Technologieansatz verändern? Und sich das bewusst zu machen, dass also Menschen, die sagen, nee, halt mal, ich möchte jetzt nichts ändern, ich bin eigentlich ganz ausgefüllt damit und das zu machen, was ich machen muss, muss dann sagen, das ist irgendwie okay, weil die Leute, die machen einfach Running the School. Und es gibt andere, die machen Changing the School und sich das an einer Schule mal bewusst zu machen, und dann einige von euch, die sind einfach da, um der Schule Stabilität zu geben. Aber einige könnten sich vielleicht auch überlegen, was da passieren könnte, um die Schule zu verändern. Genau, hier bin ich, in der Mitte, sehr gut. Und wollte danken und sagen, wenn Sie Fragen an mich haben, mich erreichen möchten, das geht am einfachsten auf Social Media Kanälen. Ich bin dort unter ph-wampfler-erreichbar, also Instagram, Twitter, Facebook, natürlich auch Mastodon. Und Sie finden, wenn Sie mich googeln, auch ganz schnell meine E-Mail-Adresse und alles andere, was Sie wissen müssen, um mir eine Frage zu stellen. Ich danke sehr fürs Zuschauen und wir sehen uns in einer weiteren Veranstaltung nachher mal. Danke sehr und bis dann.